hallo guten tag zusammen ladies and gentlemen ich habe hier eine ganz besondere rare platte titel cold turkey press klekto present a cold turkey press special wurde anfang der 70er jahre herausgegeben von karl weissner und anderen diese langeplatte enthält ganz interessante aufnahmen von amerikanischen poeten aus den 50er bis 70er jahren und ich möchte hier ein stück vorstellen von john giorno einem us-amerikanischen dichter aus new york der anlässlich des suizids des new yorker tänzers fred hurko eine gedenkveranstaltung organisierte das war 1964 und zu dieser gedenkveranstaltung gehört auch dieser text sehr originell finde ich und faszinierend berührend von john giorno und anderen leuten gesprochen also 1964 fred hurko war damals obdachlos ein talentierter tänzer aber wie es vielleicht viele talentierte tänzer gibt in einer ganz schwierigen situation er hatte erzählt las ich jetzt kürzlich im internet er hatte vorher erzählt dass er eine suizid performance machen würde und die hatte dann tatsächlich auch gemacht indem er aus aus dem sechsten stock eines hauses auf die straße sprang herkar-übersend zei Oktober Herkar-übersend Last week jumped to his death in the 6th floor window on Cornelia Street. Herko was a prominent member of the Judson Dance Theater. Readings, dances and music will be given tonight at Judson Memorial Church in memory of Fred Herko, the dancer and choreographer, who last week jumped to his death on the 6th floor window on Cornelia Street. Herko was a prominent member of the Judson Dance Theater. Readings, dances and music will be given tonight at Judson Memorial Church in memory of Fred Herko, the dancer and choreographer, who last week jumped to his death from a 6th floor window on Cornelia Street. Herko was a prominent member of the Judson Dance Theater. Readings, dances and music will be given tonight at Judson Memorial Church in memory of Fred Herko, the dancer and choreographer, who last week jumped to his death from the 6th floor window on Cornelia Street. Herko was a prominent member of the Judson Dance Theater. Readings, dances and music will be given tonight, Thursday, at Judson Memorial Church in memory of Fred Herko, the dancer and choreographer, who last week jumped to his death from the 6th floor window on Cornelia Street. Herko was a prominent member of the Judson Dance Theater. Readings, dances and music will be given tonight, Thursday, at Judson Memorial Church in memory of Fred Herko, the dancer and choreographer, who last week jumped to his death from the 6th floor window on Cornelia Street. Her co-es a prominent member of the Judson Dance Theatre. ... ... ... ...